Cadence hat kürzlich das Cadence Blocks Plugin um einen Advanced Header Block bereichert. Dazu gehört auch ein komplett neuer Header Builder sowie weitere Blöcke, die diese ganze Header Building Experience zusätzlich bereichern sollen. Ich hatte das Ganze die vergangenen Tage mal getestet, hatte ein paar neue Header mit diesem Advanced Header Block erstellt und ich muss sagen, dass sich das Erstellen eines Page Headers mit diesen neuen Blöcken deutlich einfacher gestaltet. Man muss nicht mehr wie vorher im Customizer zwischen verschiedenen Bereichen hin und her switchen. Man hat ausschließlich Cadence Blocks zur Verfügung. Man kann also alle Designarbeiten und Anpassungen in den Blog-Einstellungen vornehmen, so wie man das auch sonst beim Erstellen einer Webseite macht. Und zusätzlich hat man natürlich auch viel mehr Designoptionen als vorher, weil es nicht mehr irgendwelche Widgets gibt, wo Anpassungen vorgenommen werden müssen, sondern wie gesagt, auch da kann man über die ganz normalen Blog-Einstellungen in den Cadence Blocks die Designanpassungen wie gewohnt vornehmen. Außerdem hat Cadence für diesen Advanced Header Block schon weitere Features angekündigt, auf die wir uns dann in naher Zukunft freuen dürfen. Allerdings werde ich darauf zum Ende des Videos nochmal eingehen. Jetzt werden wir erstmal gemeinsam einen Header mit diesem neuen Advanced Header Block und diesen Zusatzblöcken erstellen. So, mal ganz kurz zu zeigen, was mit diesem neuen Advanced Header Block unter anderem alles möglich ist, habe ich mir mal kurz den Header aufgerufen, den ich kürzlich mit einem CSS-Tool erstellt habe. Das ist dieser Floating Header mit so einem unscharfen Hintergrund. Und ich hatte ja kürzlich ein Video dazu veröffentlicht, wie man mit etwas Custom CSS einen solchen Header-Effekt hinbekommt. Also wie gesagt, ein solcher Effekt war bislang bei Cadence nicht möglich, es sei denn, man hat zusätzliches CSS hinzugefügt. Und jetzt werde ich hier mal ganz kurz meinen Block-Header aktivieren, den ich zuvor erstellt hatte. Also schalte ich den mal ein. So, und jetzt zeigt sich hier der Header, den ich mit dem Block-Header und den zusätzlichen Blöcken erstellt habe. Und der Unterschied ist, dass ich für diesen Header überhaupt kein Custom CSS benötige, sondern das Ganze so, wie man es hier sieht, über die Benutzeroberfläche erstellen konnte. Und ein weiterer netter Effekt, der zeigt sich, wenn ich hier rüber havere, dann öffnet sich hier nämlich ein Mega-Menu, das logischerweise auch für verschiedene Bilddimensionen funktioniert. Wie man hier sieht. So, das jetzt nur mal als kleines Beispiel dafür, was der neue Advanced-Header-Block ermöglicht, was zuvor mit dem klassischen Header-Builder von Cadence nicht möglich war. Jetzt machen wir uns allerdings mal direkt an die Arbeit. So, und hier auf meiner WordPress-Installation befinden sich folgende Plugins. Das ist zum einen Cadence-Blocks und das Cadence-Blocks-Pro-Plugin. Das Cadence-Theme oder Pro-Plugin für das Cadence-Theme ist nicht aktiv. Das wird für dieses Beispiel auch nicht benötigt. Um den Advanced-Header-Block von Cadence nutzen zu können, muss jetzt nicht unbedingt das Cadence-Blocks-Pro-Plugin installiert sein. Allerdings benötige ich das später zum Erstellen eines Mega-Menus und noch für ein paar kleinere weitere Funktionen. Diejenigen, die Cadence-Blocks-Pro noch nicht installiert haben, können sich das Video daher trotzdem ansehen. Installiert habe ich auch das Cadence-Theme. Allerdings ist das nicht unbedingt erforderlich. Es würde zum Beispiel hier auch mit dem 2024-Theme funktionieren, weil der neue Advanced-Header-Block für Cadence auch als Block für Full-Site-Editing-Themes funktioniert. Das heißt, es würde mit jedem Full-Site-Editing-Theme genauso gut funktionieren. Wie das dann klappt, darauf kann ich gerne später nochmal eingehen. Und um das Ganze zu illustrieren, habe ich ein Cadence-Starter-Template installiert. Ein recht schönes, wie ich finde. Und für unser heutiges Beispiel werde ich hier den Standard-Header dieses Themes so umbasteln, wie wir das eben gerade auf der Beispiel-Seite gesehen hatten. Okay, also. Ich starte erstmal in meinem WordPress-Dashboard. Und hier finde ich unter der Position Cadence die neue Option Headers. Und die klicke ich direkt an. Und hier sieht man schon, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, ein neues Header-Element zu erstellen. Ähnlich wie das auch mit Query-Cards zum Beispiel der Fall ist, was ja auch Elemente sind, die dann an verschiedenen Stellen der Webseite eingebunden werden. So ist hier auch jetzt das Header-Element verfügbar, was dann logischerweise auf der gesamten Webseite eingebunden wird. Also klicke ich hier mal auf Add New Cadence Header. So, als allererstes werde ich meinem neuen Header mal einen schicken Namen verpassen. Ich nenne das Ganze mal Main Header. Und dann klicke ich direkt auf Next. Und hier bekomme ich dann verschiedene Predesigns zur Auswahl. Wie man hier zum Beispiel sieht, das ist so ein klassisches Header-Design, allerdings hier mit zwei Call-to-Action-Buttons oder zwei Buttons. Das hier wäre dann schon eher ein klassisches Design mit Logo, Menü und einem Call-to-Action-Button. Und sofern man vorhat, seinen Header so zu designen, wie das hier auf den Templates zu sehen ist, dann kann man sich die Sache etwas leichter machen und tatsächlich mit einem dieser Vorlagen starten. Das Ganze gibt es dann auch nochmal als Multi-Row-Header. Wenn mein Header beispielsweise zwei oder sogar drei Reihen mit Elementen bestückt haben soll, dann könnte ich mir hier das passende Template dazu aussuchen. Und das hier sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Nichtsdestotrotz werden wir heute hier mal nackt starten, um das Ganze ein bisschen besser illustrieren zu können. Also klicke ich auf Create Blank Desktop Header. Denn als nächstes hätte ich hier nochmal die Option, ein Template auszuwählen. Und zwar ein Template für die mobile Header-Ansicht. Auch das werde ich mal nicht in Anspruch nehmen und klicke dann hier auch auf den blanken mobilen Header. Und hier befinde ich mich jetzt sozusagen schon in dem Header-Bilder. Der Hintergrund sieht jetzt nur so aus, weil das die entsprechende Farbe meines Customizers ist. Wir haben ja gerade gesehen, dass ich mit einem Dark Theme arbeite. Und jetzt schauen wir uns erstmal hier die Listenansicht an. Und dann sieht man schon, dass obwohl hier in dem Bereich noch gar nicht viel zu sehen ist, hier schon jede Menge Elemente vorhanden sind. Und zwar ist das zum Beispiel das Advanced Header-Element mit dem Desktop-Element und auch dem Tablet- und Mobile-Element. Und dann haben wir hier auch noch weitere Blöcke, zum Beispiel für die obere, die mittlere und auch die untere Reihe. Und wenn wir uns die mal anschauen wollen, diese ganzen Blöcke, die man hier in der Listenansicht gerade sieht, dann muss ich mir einfach nur mal diesen visuellen Editor hier öffnen. Und der erinnert direkt an den klassischen Cadence Header-Bilder, den man normalerweise über den Customizer erreicht. Das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil, dass man sich hier jetzt erstmal an nichts Neues gewöhnen muss. Was jedoch neu ist, ist die Funktionsweise hinter einzelnen Elementen. Denn egal, was ich hier aufrufe, ich arbeite ausschließlich mit Cadence Blocks, also mit Blöcken. Und nicht mit irgendwelchen Widget Areas, irgendwelcher Customizer Bereiche oder so. Ich muss mich also an nichts Neues gewöhnen. Ich arbeite hier genau so, wie ich es tun würde, wenn ich eine WordPress-Webseite erstelle und designe. Okay, gehen wir doch mal davon aus, ich möchte hier in der mittleren Reihe arbeiten. Dann betätige ich als erstmal hier dieses Zahnrad. Und dann könnte ich hier direkt auch schon mit dem Design beginnen. Mein Beispiel Header hatte ja ein Logo auf der linken Seite, ein Menü in der Mitte und ein Call-to-Action-Button auf der rechten Seite. Also werden wir das jetzt mal hier in diese mittlere Reihe einbauen. Über das Plus-Symbol habe ich die Möglichkeit, auf die Cadence-Blöcke zuzugreifen, logischerweise. Jetzt werde ich mir hier mal alle öffnen und schauen, was sich hier so getan hat. Wir haben ja hier oben die Cadence-Blöcke, also die tatsächlichen Page-Building-Blöcke. Und wenn ich jetzt hier mal so durchscrolle, dann finde ich hier schon mal einen neuen Block namens Site-Identity. Die Site-Identity, die war ja zuvor auch über den Customizer erreichbar. Man konnte zwar auch vom Header-Bereich direkt die Site-Identity öffnen. Wenn man jedoch dann wieder zurück in den Header wollte, musste man erstmal zurück über den Customizer und den Header-Bilder erneut aufrufen. Das gleiche galt zum Beispiel auch für die Menüs. All diese Extraschritte und Umwege innerhalb dieses Customizers sind jetzt nicht mehr erforderlich. Denn dafür haben wir beispielsweise einen direkten Block-Zugang, den wir hier mit einem Mausklick einbauen können. Und dann hier auch über dieses Zahnrad einstellen und verwalten können. Okay, dann werfen wir nochmal einen weiteren Blick hier auf die Blöcke. Denn hier unten finden wir direkt einen Search-Block, einen Advanced Search-Block. Und der ersetzt ein Widget, das wir zuvor im Header-Bilder hatten. Ab sofort können wir hier mit einem Cadence-Block arbeiten, der dann natürlich auch entsprechend eingestellt und gestylt werden kann. Hier unten finden wir einen Advanced Navigation-Block. Tja, und neben dem Advanced Header-Block ist der Advanced Navigation-Block das zweite dicke Ding, das uns Cadence hier ins Cadence-Blocks-Plugin gezaubert hat. Der Block macht nämlich nicht nur die ganze Menüsteuerung und auch das Design der Menüs deutlich leichter. Es ist nämlich außerdem so, dass die einzelnen Menüpunkte auch einzelne Cadence-Blocks sind, also auch einzelne Blöcke sind. Und was uns das nochmal für Vorteile bietet, das werden wir hier gleich nochmal sehen. Und den werde ich gleich benötigen, um meinem Header hier das Hauptmenü hinzufügen zu können. Hier haben wir den Advanced Header-Block selbst, den haben wir ja gerade eben schon gesehen. So, und zu den neuen Page-Building-Blöcken kommt auch noch ein weiterer Block hinzu. Und zwar ist das hier unter Design der Off-Canvas Trigger-Block. Das ist der Block, den ich ja benötige, wenn ich meine Slide-In-Funktion für das Menü auf Mobilgeräten steuern möchte. Also auch diesen Block werden wir später benötigen. Hinzu kommt auch noch ein weiterer Block, der erst dann verfügbar ist, wenn unser Advanced-Nav-Block tatsächlich im Einsatz war. Okay, jetzt gehe ich mal hier hin und rufe mir den Advanced-Nav-Block mal ganz schnell über diese Suchfunktion auf. Das geht nämlich sehr viel einfacher und ist auch sozusagen die Variante, mit der ich das üblicherweise immer mache. Also baue ich den direkt hier ein und dann werde ich auch schon direkt aufgefordert, ein Menü auszuwählen, das hier in meinem Header angezeigt werden soll. Also klicke ich doch hier mal auf das Dropdown und glücklicherweise habe ich hier schon eins. Sollte ich hier noch kein Menü haben, also sollte sich auf meiner WordPress-Installation bislang noch kein Menü befinden, weil ich noch keins erstellt hatte, dann könnte ich hier ganz einfach ein neues Menü erstellen. Ich klicke da jetzt ganz einfach mal drauf, denn an dieser Stelle wollte ich mal ganz kurz zeigen, wie einfach das hier in Zukunft ist. Also ich verlasse keine Bereiche mehr, ich muss mich nicht durchs Dashboard klicken, ich muss mich auch nicht durch den Customizer klicken. Ich habe hier ein Pop-up, in dem ich mein Menü erstellen kann, alle Einstellungen vornehmen kann. Ich kann hier entscheiden, wie es angezeigt werden soll, zum Beispiel, dass es auf Desktop-Geräten ganz normal horizontal und dann auf Tablet oder Mobilgeräten im Allgemeinen vertikal angezeigt werden soll. Und auch alle weiteren Anpassungen können hier in diesem Pop-up-Bereich vorgenommen werden. Also kein unnützes Rumgeklicke mehr, das kann hier alles ganz schnell am selben Arbeitsplatz erledigt werden. Und das gefällt mir persönlich unfassbar gut. So, da ich ein Menü habe, wähle ich mir hier mein Hauptmenü aus und klicke auf Import. Und hier finden wir jetzt die Menü-Position, die wir eben gerade schon im Starter-Template oben im Header gesehen haben. Ich werde jetzt hier nochmal die Tablet-Orientierung auf Vertikal ändern. Dazu hätte ich allerdings später noch genauso die Option, genauso könnte ich es dann später auch wieder auf Horizontal zurücksetzen. Ich klicke jetzt erstmal auf Done Editing, weil mein Menü ja soweit fertig ist und schon wird das hier oben eingebaut. Dadurch, dass ich ja jetzt ein Dark-Theme-Header erstelle, muss ich natürlich auch alle Farben ein kleines bisschen anpassen. Unter anderem wird mein Logo hier für so ein Dark-Theme nicht gerade tauglich sein. Also werde ich das hier schon mal gleich alles anpassen. Ich gehe mal direkt hier unten auf die Site-Identity-Einstellungen, damit ich hier über die Block-Einstellungen alle Anpassungen vornehmen kann. Und das ist genau das, wovon ich eben gesprochen hatte. Das hier wirkt doch deutlich vertrauter als irgendeine Benutzeroberfläche im Customizer, an die ich mich erstmal komplett gewöhnen muss. Die überhaupt nicht dem entspricht, was ich von den Blöcken kenne oder von den Cadence-Blöcken kenne, sondern die hatten immer so ihre eigenen Widget und eigenen Setup-Bereiche. Da musste man sich erstmal mit zurechtfinden, weil das halt nichts Vertrautes war. Und das Schöne hieran ist, dass sich das komplett erledigt hat, wenn man sich dazu entscheidet, diesen Bilder zu benutzen. Dann hat man hier die vertrauenden Einstellungen. Man weiß genau, wo man sein Styling findet und so weiter. Das gefällt mir deutlich besser. Zunächst einmal möchte ich diesen Titel hier loswerden, weil der war in dem Original nicht vorhanden. Also deaktiviere ich schon mal den Titel, sodass hier nur noch das Logo angezeigt wird. Und dieses Logo möchte ich jetzt ersetzen. Und das funktioniert genauso, wie man das sonst auch machen würde. Ich klicke einfach auf Replace, dann öffne ich meine Mediathek. Und hier hatte ich in aller Voraussicht hier schon mal was reingeladen. Das hatte ich vorhin selbst zusammengebastelt. Mal gucken, wie das aussieht. Naja, es geht einigermaßen. Also es erfüllt seinen Zweck. Sagen wir es mal so. Okay. Ohne hier jetzt weitere Styling-Anpassungen vorzunehmen, gehe ich direkt mal in den rechten Bereich meines Headers, um mir hier einen weiteren Block hinzuzufügen. Und da wir hier ja mit Cadence-Blöcken arbeiten, kann ich natürlich auch alle andere Blöcke nutzen, um sie in meinen Header einzuflegen. Und da ich hier ja einen Call-to-Action-Button benötige, nutze ich dafür doch einfach mal den Advanced-Button-Block von Cadence. Und den nenne ich einfach mal Call-to-Action. Vermutlich sollte ich den nochmal ein bisschen im Design anpassen, denn das passt nicht so richtig zu einem Dark-Theme. Machen wir mal folgendes. Und zwar gehe ich mal auf Styling. Dann verpasse ich dem Ganzen eine Border. Und zwar nehme ich dafür diesen dunkleren Farbton. Die Textfarbe bleibt hell. Und für die Hintergrundfarbe werde ich die zweite Akzentfarbe wählen. Allerdings werde ich die hier auf 0,5 setzen. Ich könnte auch den Regler hier verwenden, um hier sozusagen ein bisschen Deckkraft rauszunehmen. Und die Border, die Button-Border, die machen wir relativ dünn mit einem Pixel. Okay, jetzt ist der Button schon mal ein bisschen gestylt. Allerdings noch etwas zu groß für den Header. Also gehe ich mal hier auf die Advanced-Settings. Und hier finde ich dann natürlich alle Regelungen, was die Abstände, das Padding und Margin angeht, so wie man das auch kennt. Und dann werde ich hier mal pixelgenaue Abstände eingeben. Das ist für einen Button vollkommen in Ordnung. Und das setze ich mal auf 3. Links und rechts setze ich auf 12. Und unten dann wieder auf 3 Pixel. Dann habe ich hier einen etwas kleineren Button. Und für einen Header ist das, denke ich, ganz angebracht. Okay, ich erinnere mich, dass das Menü relativ groß dargestellt war in dem Template. Ich schaue mir noch mal das Template an. Also das Menü ist recht groß dargestellt. Der Hover-Effekt ist rot. Und genauso werde ich das jetzt auch mal nachempfinden. Also springe ich mal zurück hier in die Einstellung des Navigation-Blocks. Und hier kann ich dann auch in gewohnter Manier die ganzen Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel könnte ich die ein bisschen entzerren, also einzelne Menüpunkte ein bisschen entzerren. Natürlich nicht so weit. Aber das hier sieht ziemlich gut aus, denke ich. Im Anschluss werde ich hier mal das Styling-Tab öffnen. Die Navigation-Item-Styles, die brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. Zuvor könnte ich erst mal auf diese Style-Option hier eingehen. Vielleicht war jemand ja schon mal auf meiner Webseite, webgeneral.de. Und zwar habe ich da sowohl beim Hover-Effekt, aber auch beim aktiven Menüpunkt so einen schönen Underline-Effekt eingebaut. Und auch diesen Effekt kann man mit diesem Header-Bilder hier umsetzen. Dazu müsste man einfach nur hier Underline aktivieren. Und dann hätte man hier diese gewohnte Animation, die ich persönlich ehrlich gesagt recht schön finde und auch häufig verwende. Das werden wir jetzt hier in diesem Design nicht umsetzen, weil das einfach im Original-Header auch nicht der Fall war. Ich werde jetzt hier erstmal die Typografie-Settings öffnen. Und dann könnten wir ja die Fawn-Size mal ein bisschen größer machen, zum Beispiel mit der Variable M. Und im Anschluss kümmere ich mich dann um die Farben. Die normale Farbe ist soweit schon in Ordnung. Die Hover-Farbe, die sollte ja rot sein. Das könnte etwas zu dunkel sein in einem Dark-Mode. Also werde ich hier mal das Ganze ein bisschen heller machen. Ich denke, so könnte es funktionieren. Okay. Und die aktive Farbe sollte dann wieder so weiß wie möglich sein. Ich setze die hier tatsächlich mal auf komplettes Weiß. Dann hätte man noch einen kleinen Unterschied zu der anfänglichen Farbe. Und da ich mit dem Design soweit zufrieden bin, gehe ich jetzt hier unten auf das Zahnrad dieser mittleren Zeile. Und um denselben Effekt wie in dem Beispiel zu Beginn herzustellen, setze ich diese Zeile erstmal auf Contain, damit die so ein bisschen zusammenrückt. Im Anschluss gehe ich hier auf Advanced. Hier habe ich schon etwas Padding Left und Padding Right. Das werde ich nochmal ein bisschen erhöhen und setze das mal jeweils auf M. Und auch oben und unten werde ich etwas Padding hinzufügen. Allerdings nur ein ganz kleines bisschen. Im Anschluss gehe ich hier auf die Styles. So und hier unten zeigt sich direkt eine Funktion, die im alten Header-Bilder von Cadence überhaupt nicht verfügbar war. Bis dato konnte man nämlich nur so eine Trennlinie unterhalb des Headers einbinden. Allerdings hatte man keine Möglichkeiten in irgendeiner Form einen Rahmen oder ähnliches hinzuzufügen. Das erforderte wie gesagt Custom CSS. Nun, jetzt nehmen wir mal hier die neuen Border Settings in Anspruch. Hier kann ich jetzt eine Border Color einstellen. Ich würde mal diese Farbe nehmen und die würde ich wieder etwas reduzieren. Vielleicht so auf 0,75. Die Randstärke bekommt wieder einen Pixel. Und jetzt sieht man ja schon so ein bisschen, wie sich das Header-Design abzeichnet, das wir in dem Beispiel zu Beginn gesehen hatten. Allerdings fehlt hier noch ein bisschen Border Radius. Das ist ja kein Problem. Dazu werde ich einfach mal hier die ganzen Ecken verlinken, weil ich in jeder Ecke den gleichen Radius wünsche und setze das Ganze mal auf 10 Pixel. Okay, das sieht ja soweit schon mal ganz gut aus. Im Anschluss werde ich hier noch eine kleine Hintergrundfarbe hinzufügen. Und da unser Beispiel-Header ja ein Transparent-Header war, also ein Header mit transparentem Hintergrund, muss natürlich berücksichtigt werden, dass wir hier einen ziemlich dunklen Hintergrund haben und der Header etwas heller sein sollte. Ich werde einfach mal jetzt diese Farbe nehmen und werde das auch wieder auf 0,75 setzen. Jetzt habe ich hier ein Komma verwendet. Ich glaube, ich muss mit einem Punkt arbeiten. Wir werden das später genau sehen, wie das auf der Seite aussieht und dann könnte das gegebenenfalls nochmal angepasst werden. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist etwas Abstand nach oben, denn es handelte sich ja um einen schwebenden Header, der jetzt nicht den Eindruck vermittelte, dass er oben am Bildschirmrand klebt. Deswegen werden wir hier noch ein bisschen Margin Top einbauen und ich denke, da reicht, nehmen wir mal XS für Desktop-Geräte und später, wenn wir die mobile Anpassung machen, dann gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen runter. Aber das sollte so erstmal passen. Ich werde erstmal die Arbeit speichern und damit ist dieser Header hier schon mal die Basis für das, was jetzt noch kommt. Und das ist, wie ich finde, auch der spannendste Part dieser kleinen Anleitung. Es geht um die Funktion des Mega-Menus oder den Einbau des Mega-Menus. Und wir haben hier oben in unserer Toolbar zwei neue Funktionen, also die wir üblicherweise nicht kennen. Und zwar, man muss dazu sagen, auch die hier ist noch nicht wahnsinnig bekannt. Das betrifft die Links der Navigations-Items. Hier haben wir einmal ein Dropdown-Menü und hier haben wir ein Mega-Menü. Und wenn ich das jetzt anklicke, dann zeigen sich hier direkt wieder verschiedene Optionen, die mir hier angeboten werden, was die Gestaltung des Mega-Menus angeht. Also hier unten gibt es zum Beispiel so Templates, die wieder, naja, übliche Mega-Menü-Layouts anbieten. Also jene, die man schon von anderen Webseiten kennt. Alternativ könnte ich auch hier wieder selbst kreativ werden und mir mein eigenes Mega-Menü bauen. Und genau das werde ich auch tun. Und dazu werde ich hier so ein dreispaltiges Row-Layout verwenden. So, und wenn ich jetzt hier mal meine Listenansicht öffne, dann sieht man, dass ich hier schon ziemlich viele neue Blöcke verwendet habe. Ich habe einmal den Advanced Header-Block, dann habe ich hier in der Left-Section die Site-Identity verwendet. In der mittleren Section, in der Center-Section, habe ich die Navigation verwendet. Und jetzt habe ich hier auch einen weiteren Block am Wickel und das sind die einzelnen List-Items. Wie gesagt, das sind auch eigene Blöcke, die unabhängig voneinander gestylt werden können. So, da ich hier in diesem Row-Layout-Block mein komplettes Menü-Design werde, möchte ich das erstmal ganz kurz umbenennen und nenne das Ganze mal Mega-Menü-Shop. Das speichere ich kurz ab, damit ich immer weiß, wenn ich mir hier die Liste öffne, dass ich hier drin dann mein Mega-Menü designt habe. Bevor es damit losgeht, möchte ich mich nochmal ganz kurz in dieses Element hier rein bewegen, nämlich das Menü-Item-Shop-Element. Wie ich eben ja schon ein paar Mal sagte, ist das ein eigener Cadence-Block und ich kann den auch hier, das ist ganz wichtig, individuell anpassen. Zum Beispiel könnte ich hier bestimmen, wie breit mein Mega-Menü denn tatsächlich sein soll oder wie es positioniert werden soll. Gehen wir mal davon aus, dass diese Custom Width von 700 Pixel in Ordnung ist. Sollte das nicht der Fall sein, könnte ich das hier natürlich ändern, zum Beispiel auf die Breite des Contents. Dann würde sich der Container mit dem Mega-Menü automatisch der maximalen Inhaltsbreite, die ich hier in meinem Theme festgelegt habe, anpassen. Das möchte ich in meinem Fall nicht. Ich bleibe hier bei Custom Width und ich denke 700 Pixel sind soweit auch ganz in Ordnung. Das Einzige, was noch nicht in Ordnung ist, ist die Position. Ich hätte das nämlich gerne gesentert, also mittig angeordnet. Und um das einzustellen, scrolle ich mal ein bisschen nach unten und dann finde ich hier die Funktion Dropdown Horizontal Alignment. Die ist jetzt aktuell noch auf Inherit gestellt, aber ich setze das auf Zentrieren und schon befindet sich hier mein Menü in der Mitte. Also mittig hier von meinem Shop-Item. Okay, jetzt könnte ich theoretisch anfangen, dieses Menü hier mit Inhalt zu bestücken. Allerdings möchte ich zuvor nochmal ein paar kleinere Design-Anpassungen vornehmen, damit das farblich ein bisschen stimmiger ist. Übrigens könnte ich hier an dieser Stelle, wo ich jetzt gerade in diesem Element oder in diesem Block hier bin, festlegen, dass sich das Dropdown Menü nur über einen Klick öffnet. Also üblicherweise reicht ja schon die Hover-Funktion, um sozusagen dieses Dropdown Menü auszufahren. Das könnte man hier ändern, indem man diese Funktion aktiviert und jetzt wäre das Dropdown nur über einen Klick zu öffnen. Der kleine Pfeil hier zeigt nach wie vor an, dass sich hier ein Dropdown Menü befindet, aber man müsste die Shop-Position anklicken, um es tatsächlich zu sehen bekommen. Okay, ich werde das mal wieder deaktivieren. So, um jetzt diesen Dropdown Container ein bisschen zu stylen, könnte ich jetzt natürlich hier reingehen und anfangen, dem ganzen eine Hintergrundfarbe und ein Border Radius zu verpassen und so weiter. Allerdings befindet sich ja direkt darüber, also eine Ebene über diesem Element, der Row Layout Block. Und aus dem Grund werde ich auch den Row Layout Block verwenden, um das tatsächliche Styling vorzunehmen. Was ich jedoch hier schon machen werde, ist ein Border Radius zu definieren von 10 Pixel. Das ist der gleiche Border Radius, den wir auch hier oben verwendet haben. Den sieht man jetzt hier noch nicht. Warum nicht? Ja, weil sich wie gesagt das Row Layout darüber befindet. Aber wenn ich hier in dem Row Layout gleichen Border Radius anpasse, dann möchte ich ja nicht, dass man hier diese Spitzenecken von der Ebene darunter noch durchschimmern sieht. Also, jetzt geht es hier weiter. Ich gehe direkt auf die Style Funktion und definiere meine Hintergrundfarbe in derselben Farbe, die ich auch eben für den Header gewählt hatte. Im Anschluss gehe ich hier unten auf die Border Settings, definiere eine Border Farbe. Da hatte ich, glaube ich, diese hier eben und eine Randstärke von einem Pixel und dann schließlich noch den Border Radius von 10 Pixeln und speichere das jetzt erstmal kurz ab. Jetzt sehe ich zwar hier im Editor, dass diese besagten Ecken doch noch durchschimmern, obwohl ich hier gerade in dem Shop Element den Border Radius auch auf 10 Pixel angepasst hatte. Okay, wollen wir mal schauen, wie das dann nachher im Frontend aussieht. Jetzt geht es erstmal weiter mit der Anpassung der einzelnen Navigation Links, also der Navigationsposition. Und da sieht man schon, also hier passt das nicht wirklich gut mit diesem dunkelroten Hover-Effekt. Das sollte vielleicht mal als erstes angepasst werden. Also gehe ich hier mal direkt auf Style, setze die anfängliche Farbe auf diesen hellen Farbton hier, die Hover-Farbe. Die setze ich wieder auf ein etwas helleres Rot. Das sieht einigermaßen gut aus. Und die aktive Farbe, die mache ich wieder komplett weiß, so wie ich das eben auch schon mal gemacht hatte. Also gebe ich 6xf ein, das ist der Hex-Code für ganz klares Weiß. Dann hebt sich die aktive Farbe so ein bisschen von der Standardfarbe nochmal ab. Okay. Jetzt verpasse ich dem Ganzen nochmal einen eigenen Namen. In dem Fall einfach nur Lorem Ipsum. So, und in diesem Navigation Link Block kann ich unter den General Settings, also den Allgemeineinstellungen, auch eine Beschreibung einfügen. Eine Kurzbeschreibung. Die ist in meinem Fall jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Das ist wieder nur ein bisschen Lorem Ipsum Text. Aber dann sieht man schon mal, wie sich das Ganze hier füllt. Okay. Als nächstes wäre es doch nett, wenn wir hier diesem Menü-Link noch ein kleines Icon hinzufügen würden. Also gehe ich hier direkt nochmal in das Styling-Tab. Scroll ein bisschen nach unten. Und hier hätte ich jetzt die Möglichkeit, jede Menge Anpassungen vorzunehmen. Zum Beispiel hätte ich die Möglichkeit, die Schrift anzupassen. Dem Ganzen ein Highlight-Label hinzuzufügen. Das könnten wir eigentlich mal mit einem der Hauptmenü-Punkte machen. Darauf komme ich dann später nochmal zurück. Auf jeden Fall werden wir das nochmal einbauen, weil das eine ziemlich coole Funktion ist, wie ich finde. Ich öffne mir aber erstmal hier dieses Media-Dropdown und wähle mir das Icon aus, damit ich hier ein Icon bestimmen kann. Und da nehmen wir doch mal irgendwas. Okay, dieser Stift hier, der illustriert, dass man das noch ein bisschen weiter anpassen könnte. Damit habe ich diesen Menü-Link schon mal fertig gebaut. Und da wir hier ja mit Cadence-Blöcken arbeiten, werde ich mir hier mal direkt eine kleine Funktion zum Vorteil machen. Und das Ganze einfach duplizieren. Und zwar genau dreimal. Dann kann ich nämlich diese Links hier unten rausschmeißen. Also markiere ich den obersten, halte die Shift-Taste gedrückt, markiere den untersten und lösche die einfach raus. Somit habe ich jetzt hier vier identische Menü-Punkte. Im Übrigen, wer meine riesige Cadence-Anleitung über viereinhalb Stunden nicht gesehen hat und sich jetzt fragt, warum diese Toolbar hier die ganze Zeit mitten im Editor und im Design rumnervt, der kann sich jetzt entweder ein neues Tab öffnen und eine viereinhalbstündige Anleitung ansehen. Oder er betätigt einfach hier oben dieses Hotdog-Menü und klickt Top Toolbar an. Dann befindet sich diese Toolbar plötzlich hier oben in der Kopfleiste und stört nicht mehr unser Designverhalten, was ja sowieso schon sehr stark eingeschränkt ist aufgrund all der Elemente, die wir hier so benötigen. Na gut, das können wir wieder schließen. Dann springe ich hier oben in den Advanced Navigation Block, weil wir hier noch ein paar schöne Einstellungen vornehmen können. Zum Beispiel kann hier das Vertical Spacing beeinflusst werden. Für meinen Geschmack zieht sich das nämlich hier nach unten ganz schön in die Länge und ich würde das gerne ein bisschen kompakter gestalten. Also werde ich das hier einfach mal ein kleines bisschen runtersetzen. Und zwar benutze ich jetzt ausnahmsweise mal diese Pfeile dazu, die ich sonst eigentlich nie einsetze. Aber wenn ich das beispielsweise im Abstand halbiere, sieht das ja schon deutlich besser aus. So ein kleiner Trenner zwischen diesen einzelnen Menü-Links wäre nicht schlecht. Also öffne ich mir hier direkt nochmal das Styling-Tab, öffne dann die Divider-Settings und bestimme mir hier eine Divider-Farbe. Ich denke mal, ich werde hier wieder diese Farbe nehmen und das Ganze auch wieder ein Pixel stark machen. Allerdings ist mir das noch viel zu kräftig aktuell. Also werde ich hier mal wieder mindestens die Hälfte rausnehmen, was die Deckkraft betrifft. Diese Trennstriche sollen ja nicht so wahnsinnig dominant sein und gegebenenfalls könnte man das später nochmal anpassen. Aber ich denke, so ist das erstmal ganz gut. Okay, dann werde ich jetzt hier für diese Menü-Spalte nochmal ähnliche Anpassungen vornehmen. Das Ganze passiert allerdings im Zeitraffer, weil wir ja eben schon gesehen und verstanden haben, wie es funktioniert. So, jetzt machen wir mal einen ganz kurzen Stopp, denn ich möchte ja hier dieselben Styles verwenden, wie ich das hier getan habe. Und auch hier können wir uns wieder die Tatsache zum Nutzen machen, dass wir mit Cadence-Blöcken arbeiten und die Copy-Paste-Styles-Funktion dafür verwenden. Also kopiere ich mir einfach die Styles dieses Blocks und füge die hier ein, Paste und schon habe ich hier die gleichen Farben, wie ich sie zuvor verwendet habe. Und das kann ich dann hier wieder duplizieren. Was die vertikalen Abstände und den Trenner betrifft, kann ich auch einfach wieder die Styles von diesem Block hier klauen. Also bewege ich mich in den Advanced Navigation Block, Styles kopieren, gehe dann in diesen Advanced Navigation Block, gehe auf Paste Styles und schon habe ich hier ein identisches Design. So, für die dritte Spalte benötige ich ehrlich gesagt gar keine Navigation, da habe ich nämlich andere Pläne. Also gehe ich hier auf diesen Navigation Block und lösche den einfach raus. Stattdessen werde ich hier ein Bild einfügen. Also suche ich mir den Advanced Image Block von Cadence raus. Mal gucken, ob ich hier zufällig ein passendes Bild habe, was ich hier einsetzen könnte. Okay, das passt zwar von den Dimensionen überhaupt nicht, aber ich schaue mal, wie das Ganze funktioniert. Nicht besonders gut. Das bedeutet, ich mache an dieser Stelle mal ganz kurz einen Cut und bastle mir ein passendes Bild zusammen. So, inzwischen habe ich ein etwas passenderes Foto vorbereitet. Also trenne ich mich von diesem hier nochmal. Und ich glaube, das hier dürfte es sein. Ganz genau, das passt etwas besser. So, das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Dadurch, dass ich hier im Vorfeld keine Styling-Einstellung global im Customizer festgelegt hatte, wo man zum Beispiel hier den Border-Radius für die Bilder und so weiter bestimmen kann, muss ich das jetzt hier alles individuell machen. Das gleiche gilt auch für die Button-Styles und so weiter. Üblicherweise würde man sowas natürlich im Customizer machen. Jetzt machen wir es hier individuell. Also verpasse ich dem Ganzen erstmal einen Rahmen. Und dann nehme ich, glaube ich, wieder diese Farbe hier. Wie gehabt, ein Pixel. Und der Border-Radius. Mal gucken, wie das hier mit 10 Pixeln aussieht. Aber ich denke mal, das sollte ganz gut passen. Ja. So, als nächstes gehe ich hier auf die drei Punkte. Danach hinzufügen. Und hier unten könnte ich ja jetzt nochmal einen Call-to-Action-Button zum Beispiel einfügen. Also rufe ich mir einfach nochmal den Button-Block auf. Ich nenne das Ganze wieder Call-to-Action. Und diesmal würde es vielleicht ganz gut aussehen, wenn wir den Button über die komplette Breite des Containers erstrecken. Wie schon gesagt, ich habe hier keine globalen Button-Styles. Der soll natürlich genauso aussehen wie dieser hier. Also versuche ich das jetzt nochmal eben individuell nachzuempfinden. Dafür öffne ich die Styles. Verpasse dem erstmal so einen kleinen Rahmen. Da hatten wir, glaube ich, die helle Farbe hier. Ein Pixel. Okay, dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Abstand zum Bild. Das sieht so nicht ganz gut aus. Also packe ich ein bisschen Margin-Top da rein. Und auch hier müsste logischerweise der Button noch ein Border-Radius bekommen. Machen wir mal nicht 10. Das wäre vielleicht ein bisschen viel. Aber von 6 Pixeln. So, und als nächstes möchte ich hier von diesem Mega-Menu-Container nochmal den Hintergrund etwas anpassen. Also springe ich nochmal ganz kurz in dieses Row-Layout. Mega-Menu-Shop. Gehe dann hier auf die Styles. Scroll ein bisschen nach unten. Und finde hier die Background-Overlay-Settings. Und hier werde ich einen Color-Gradient einfügen. Und zwar soll das einfach nur hier unten so ein bisschen was von dem Rot-Ton bekommen. Während sich diese Farbe hier oben, die Standard-Hintergrund-Farbe, nicht verändert. Also wähle ich erstmal für die linke Seite den Standard-Hintergrund aus. Und als zweite Farbe wähle ich das Rot aus. Und dann haben wir hier schon so einen kleinen Gradient-Effekt. Der ist allerdings aktuell noch ein bisschen zu dominant. Also werde ich das hier noch ein bisschen weiter einschränken nach unten. Ja, und so sieht das deutlich besser aus. Das Ganze kann jetzt schon mal gespeichert werden. Ach, mir fällt gerade ein. Ich wollte doch auch nochmal auf diese Highlights eingehen. Also klicke ich mal ganz kurz hier rein. In das List-Item, in den Menü-Link vielmehr. Öffne dann das Style-Tab und scroll ein bisschen nach unten. Da finde ich hier Highlight-Label. Dieses Dropdown öffne ich mir mal. Als Label schreibe ich mal New. Und jetzt erscheint dir hier schon so ein schickes neues Label. Jetzt könnte ich dem Ganzen auch noch ein Icon verpassen. Mal gucken, ob der ein Ausrufezeichen hier. Exclamation Mark. Das könnten wir ja mal nehmen. Icon-Farbe sollten wir vielleicht auch nochmal anpassen. So, wo kann ich jetzt das Icon einfärben? Fragezeichen. Erstmal könnte ich hier die Position des Icons verändern. Beispielsweise, okay, rechts soll es bleiben. Aber wir hätten es gerne hier oben. So sieht das nämlich deutlich besser aus, wenn ich jetzt noch rausfinde, wie ich dieses Icon hier einfärben kann. Tja, also entweder ich bin blind. Oder wir haben hier so einen Mini-Bug entdeckt. Eins von beiden. Jedenfalls finde ich hier gerade keine Option, das Icon einzufärben. Damit verschwindet das Ausrufezeichen jetzt erstmal wieder. Und wir belassen es dabei. Ich wollte das nur mal gezeigt haben, weil ich finde, das ist auch ein ganz neckisches kleines Feature. Okay, jetzt speichere ich das nochmal. Und bevor ich dann gleich weiter zu den mobilen Anpassungen gehe, möchte ich mir das Ganze erstmal tatsächlich im Frontend anschauen. So, jetzt bin ich ehrlich gesagt ziemlich gespannt, wie dieser Header wohl aussehen wird. Ich hatte das mit diesem Design hier vorher nicht geübt. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich mir den Header überhaupt ansehe. Um das machen zu können, muss ich wieder ganz normal in die Header-Settings von Cadence gehen, über den Customizer. So, wie man sieht, ist hier jetzt aktuell noch der Standard-Header aktiv. Lediglich das Logo hatte ich ja, wie man sieht, gegen das Dark-Theme-Logo ersetzt. Um jetzt allerdings meinen Block-Header aktivieren zu können, muss ich hier unten diese neue Funktion hier betätigen. Enable Block-Header. Wenn ich das anklicke, dann kriege ich hier die Option, mir einen Header auszuwählen. Und dann nehme ich den Main-Header, den ich eben gerade erstellt habe. Okay, als allererstes fällt hier auf, dass das farblich überhaupt nicht hinhaut. Es ist nämlich so gewesen, dass ich vorhin beim Import der Starter-Templates feststellen musste, dass die Farbpalette der Starter-Templates nicht mit importiert wurde. Ich hatte das dann nochmal vergebens wiederholt und hatte dann gehofft, ich würde mit dieser Farbpalette durchkommen. Das funktioniert allerdings nicht. Das muss ich gleich dann nochmal händisch anpassen. Also einzelne Farben händisch in dieses Theme hier übernehmen. Was mir hier natürlich auffällt, ist, dass der Border-Radius des Containers, der hier dieses Row-Layout beherbergt, nicht berücksichtigt wurde. Also diese 10 Pixel oder was ich da eingesetzt hatte, die wurden hier nicht übernommen. Deswegen sehen wir hier noch diese kleine weiße Ecke. Mal schauen, ob wir das nochmal hinbekommen. Außerdem befindet sich hier hinter noch ein Hintergrund. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich hatte nur die mittlere Zeile mit einem Hintergrund versehen. Denn eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass nur dieser Container einen Hintergrund hat und der Bereich dahinter transparent ist. Das werde ich mir auch gleich nochmal anschauen. Jetzt werde ich erstmal ganz schnell hier im Customizer die Farbpalette anpassen. Und im Anschluss kümmere ich mich dann um die restlichen Designs hier. Okay, nachdem nun die Farbpalette des Originals übernommen wurde, sieht man auch direkt, dass nun der Hintergrund hier eine andere Farbe bekommen hat. Nämlich weiß in dem Fall. Und das kann jetzt ganz einfach angepasst werden, indem man hier den Content Background von weiß auf die dunkle Hintergrundfarbe ändert. Nämlich diese hier. Und schon sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Was sich jetzt natürlich auch verändert hat, sind die Farben meiner Menüs und auch hier die Call-to-Action-Farbe. Das Ganze kann jetzt hier erstmal veröffentlicht werden und dann nehme ich nochmal schnell die Farbanpassungen vor. So, nachdem ich nun die Farben des Menüs und auch die des Mega-Menüs komplett angepasst habe, wollte ich mich nochmal ganz schnell dieser Situation hier zuwenden. Und zwar sind das diese kleinen weißen Spitzen, die hier noch durchschimmern. Da hatte ich, glaube ich, vorhin an der falschen Stelle rumgedreht. Und zwar war ich ja hier in diesem Shop-Item-Element und hatte hier den Border-Radius angepasst. Das ist jedoch der falsche Border-Radius, denn der regelt den Border-Radius um eine Border, die man hier direkt um das Shop-Item basteln könnte. Das kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Border errichte, dann habe ich hier einen Border-Radius von 10. Das ist natürlich nicht der, den ich hier adressieren wollte. Aus dem Grund nehme ich das hier mal ganz schnell wieder raus. Und auch hier den Border-Radius kann ich wieder komplett auf 0 setzen. Denn die Option, die ich eigentlich gesucht hatte, die befindet sich hier unten. Und zwar ist das dieser Bereich hier, Submenu-Styles. Wenn ich die öffne, dann habe ich hier wieder die Option, eine Border und auch einen Border-Radius hinzuzufügen. Und wenn ich das jetzt mal linke hier und da 10 Pixel einsetze, dann sollte das hier verschwinden. Genau, so sieht das doch schon deutlich besser aus. Und um zu prüfen, dass das soweit auch korrekt ist, werde ich jetzt noch mal kurz mir das Ganze im Frontend ansehen. Also rufe ich mir hier die Seite auf. Der Header ist ja aktiv. Und das ist jetzt der aktuelle Header. Ja, sieht doch wunderschön aus, wie ich finde. Auch das Mega-Menu sieht wirklich gut aus. Ich sehe nur gerade, dass ich vergessen hatte, den Rahmen des Bildes farblich anzupassen. Aber das können wir ja gleich noch kurz nachholen. Denn jetzt geht es weiter mit der Header-Anpassung für mobile Endgeräte. Also geht es wieder zurück in die Header-Einstellungen. Und dazu geht es wieder hier unten auf Cadence, Headers. Und dann wird der Main-Header wieder bearbeitet. So, und jetzt schnappe ich mir noch mal ganz kurz dieses Bild hier und passe die Rahmenstile noch mal ganz kurz an, beziehungsweise die Farbe. So sieht das doch ziemlich gut aus. So, und um jetzt den Header für die mobilen Endgeräte zu basteln, muss ich mir wieder diesen Visual Header-Bilder hier öffnen. Und vom Prinzip her läuft das ähnlich wie bei dem klassischen Header-Bilder von Cadence. Ich rufe mir hier wieder die Tablet-Handy-Option auf und dann bekomme ich hier in der Vorschau die Header-Ansicht für mobile Endgeräte zu sehen. Da ist jetzt aktuell noch gar nichts los. Wir haben ja auch noch nicht wahnsinnig viel eingerichtet. Denn genauso wie das auch zuvor bei dem klassischen Editor mit den Widgets der Fall war, kann auch hier der mobile Header mit individuellen Blöcken bestückt werden, sodass der dann halt anders aussieht gegebenenfalls. Ich werde jetzt erstmal wieder hier in der mittleren Zeile das Logo einfügen. Also brauche ich meine Site-Identity. Und dann habe ich hier schon mal das Logo. In diesem Fall werde ich jetzt natürlich nicht hier das Menü und hier noch ein Call-to-Action-Button einfügen. Dafür ist das mobile Display einfach zu klein. Stattdessen werde ich hier diesen Trigger einfügen. Und um das zu tun, werde ich mal hier alle Blöcke aufrufen. Hier scrolle ich ein bisschen nach unten, denn offen gesagt hatte ich gerade vergessen, wie dieser Block denn heißt. Off-Canvas-Trigger. Okay. Den packe ich jetzt hier rein. Und dann habe ich nämlich auch die Option hier über diesen Menüpunkt den Off-Canvas-Bereich. Also das ist dieser Slide-In-Container, in dem sich dann das Menü befindet, dass ich den jetzt hier auch noch stylen kann und so weiter. Bevor ich das mache, werde ich aber erstmal diesen Trigger hier ein bisschen anpassen. Das Icon hier, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Logischerweise passt die Farbe noch nicht so ganz. Deswegen werde ich die jetzt erstmal einstellen. Und dann nehme ich mal diesen etwas dunkleren Weiß-Ton hier. Es gibt natürlich auch hier die Möglichkeit, einen Hover-Effekt einzustellen, obwohl man selten mit seinem Daumen über so ein Icon hovert. Aber wir können hier auf jeden Fall nochmal ein Weiß einstellen, sodass sich das ein bisschen voneinander abhebt. Rein theoretisch könnte ich jetzt hier auch noch einen Call-to-Action-Button platzieren, direkt in der Mitte. Allerdings könnte man alternativ auch, weil wir ziemlich viel Flexibilität haben, was diesen Off-Canvas-Bereich angeht, den Call-to-Action-Button diesem Off-Canvas-Bereich hinzufügen. Und das werde ich in dem Fall auch machen. Allerdings möchte ich schon so ein bisschen den Header-Style der Desktop-Ansicht nachempfinden, dass man immer noch weiß, dass man sich auf der gleichen Webseite befindet. Aus dem Grund gehe ich nochmal hier auf die Einstellung der mittleren Reihe. Jetzt könnte ich den hier wieder auf Contain setzen. Allerdings rückt er mir dann zu sehr zusammen. Also das möchte ich in dem Fall nicht. Für die mobile Ansicht belasse ich das hier bei Standard. Aber ich werde hier schon mal die Stile ein bisschen anpassen. Beginnend mit der Hintergrundfarbe. Und die hatte ich in so einem rötlichen Ton. Das werde ich allerdings noch ein bisschen dunkler machen. Und ich werde auch hier die Deckkraft auf die Hälfte reduzieren. Dann brauchen wir natürlich noch einen Rahmen. Also die Border. Und die wird wieder ein Pixel breit. Und auch hier reduziere ich die Deckkraft auf die Hälfte. Dann sieht das ein bisschen eleganter aus. Den Border-Radius, den setze ich wieder auf 10 Pixel. Und ich hatte ja vorhin bereits gesagt, dass ich auch für das mobile Gerät so ein bisschen Margin Top einrichten werde, was den Header angeht. Allerdings wird das nur eine ganz kleine Margin sein. Also gehe ich hier auf Margin Top und setze das auf XXS. So, jetzt muss ich mich gerade wundern. Denn hier wird gerade das Padding verstellt und nicht die Margin. Zumindest hier im Editor sieht das so aus. Alle Abstände innerhalb des Containers sind Padding und außerhalb des Containers ist die Margin. Die sollte also den gesamten Container etwas weiter nach unten rücken. Also das ist aktuell nicht der Fall. Beim Padding jedoch erwarte ich genau das. Folgendes. Ich belasse das jetzt erstmal hier auf XXS und dann schauen wir uns das nachher nochmal im Frontend an, wie das dann aussieht. Und sollte das hier für Mobilgeräte nicht funktionieren, bin ich gerne bereit darauf zu verzichten. Erstmal belasse ich das so. Und im Anschluss gehe ich direkt hier auf den Off-Canvas-Bereich, um den Slide-In-Container zu stylen, in dem sich dann das gesamte Menü befinden soll. Also klicke ich da erstmal drauf. Und aktuell sieht das hier noch sehr, sehr unspektakulär aus. Wie man sieht, befindet sich hier auch nur ein Absatzblock, also ein Paragraph-Block. Und auch die Tatsache, dass das Slide-In hier auf der linken Seite ist und nur ein Drittel des Bildschirms einnimmt, das soll ja alles nicht so bleiben. Also entferne ich erstmal hier diesen Absatzblock. Der wird nämlich nicht gebraucht. Im Anschluss gehe ich hier in die General Settings, setze hier unter den Display Settings das Slide-In auf rechts. Und ich möchte auch nicht, dass das Slide-In oder dass dieser Container hier nur ein Drittel oder ein Teil des Bildschirms einnimmt, sondern ich möchte, dass der den kompletten Bildschirm einnimmt. Dann gehe ich direkt hier auf die Styles. Und hier werde ich als erstes den Hintergrund des Containers neu bestimmen, denn dieses Weiß passt ja absolut überhaupt nicht zu den Theme-Styles, die wir verwenden. Also werde ich den mal etwas dunkler machen. Und was ich ja ganz gerne mache, ist hier so eine kleine Transparenz einzubauen, dass wenn sich dieser Container auf Mobilgeräten über den Inhalt schiebt, dass der Inhalt dann noch so leicht durchschimmert. Das kann man jetzt hier im Editor noch nicht erkennen. Aber später wird man das vermutlich dann sehen. Okay, alle weiteren Design-Einstellungen können zum späteren Zeitpunkt nochmal angepasst werden. Jetzt werde ich mir hier erstmal den Advanced Navigation Block aufrufen, um das Menü hier rein zu zaubern. Das kann ich mir jetzt hier wieder auswählen. Und dann nehme ich das Main-Menü, das ich ja bereits zusammengebastelt hatte. Und schon habe ich hier meine Menü-Navigation. Rein theoretisch könnte ich den Call-to-Action-Button jetzt auch darüber platzieren. Allerdings haben wir ja in unserer Desktop-Ansicht auch von links nach rechts gesehen erst das Menü und dann den Call-to-Action-Block. Und genauso würde ich das hier auch gerne übernehmen. Das heißt, wenn ich das Styling des Menüs beendet habe, werde ich den Call-to-Action-Block hier unten noch einfügen. Jetzt kümmere ich mich erstmal hier darum, dass das Menü so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Also gehe ich hier auf die Styles und als erstes werde ich mal so einen kleinen Divider einrichten, so wie wir das auch schon in dem Mega-Menü gemacht hatten. Dazu gehe ich hier auf die entsprechende Farbe, die wir vorher schon hatten. Da nehme ich ein Pixel. Ich will noch mal ganz kurz schauen. Das sieht auch ganz gut aus. So, machen wir mal hier 075. Das Dropdown hier muss natürlich separat angepasst werden. Das ist ja schließlich das Row-Layout. Dafür kann ich mir hier kurz mal die Listen-Ansicht öffnen. Und hier haben wir das Row-Layout Mega-Menü-Shop. Und auf der mobilen, also auf der Handy-Ansicht, würde das wahrscheinlich nicht so prickelnd aussehen, wenn wir hier alle drei Rows nebeneinander haben. Ich will mal gucken, wie die Collapse-Settings aktuell eingestellt sind. Dazu öffne ich mir hier mal die mobile Ansicht. Jetzt haben wir hier im Editor aktuell überhaupt keine brauchbare Vorschau. Das war übrigens bei meinen Tests genau das Gleiche. Aber man sieht hier auf jeden Fall schon, dass sich die einzelnen Container übereinander stapeln auf der mobilen Ansicht. Und das ist auch in Ordnung. Dementsprechend gehe ich jetzt erstmal wieder zurück ins Menü. Gehe dann auf Danach hinzufügen. Und werde hier einen Section-Block einfügen zunächst. Und in diesen Section-Block packe ich dann den Advanced-Button. Haben wir hier noch einen Block? Ja. Der dann die Call-to-Action-Funktion übernimmt. Allerdings möchte ich den Button nicht so dicht hier an dem Menü haben. Deswegen gehe ich zunächst in die Section, ajustiere die nach links, packe hier ein Padding rein, von XL erstmal. Im Anschluss kümmere ich mich kurz um den Button hier und verpasse dem erstmal einen Button-Text. Den nenne ich natürlich wieder Call-to-Action. Dann style ich den Button noch ein bisschen. Und zwar hatte ich hier dieses Beinahe-Weiß als Text-Color. Die Hintergrundfarbe, die hatte ich so ein bisschen in der Deckkraft reduziert. Ich glaube so auf 0,5 ungefähr. Und die Border-Color, das war die erste Akzentfarbe. Da hatten wir einen Pixel. Okay, dann gehe ich zurück in die Section. Und verpasse dem Ganzen noch ein ganz dezentes Overlay. Also gehe ich hier wieder auf Gradient. Wähle mir hier die erste Akzentfarbe aus, nämlich das Rot. Und als zweite Akzentfarbe nehme ich die Hintergrundfarbe. Dann ziehe ich das hier rüber. Machen wir hier 0,5. Im Anschluss öffne ich mir hier nochmal die Style-Einstellungen, um die Farben des Close-Trigger-Icons anzupassen. Das ist nämlich im Moment noch nicht sichtbar. Aber wenn man hier eine hellere Farbe bestimmt, dann kommt es zum Vorschein. Im Anschluss werde ich das speichern. Und dann geht es zurück ins Frontend, um sich das ganze Werk mal live anzusehen. Dazu öffne ich mir hier mal die iPhone 14 Max-Einstellungen. Jetzt sehe ich natürlich direkt, dass hier aus der Margin-Top ein Padding-Top geworden ist. Also kann ich mir das auch sparen und gleich wieder rausnehmen. Jetzt öffne ich erstmal das Menü. Okay, das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt öffne ich mal hier das Mega-Menü. Ja, und auch das sieht wirklich gut aus. Was hier doch nochmal einen finalen Feinschliff benötigt, ist dieser Container hier unten, in dem sich der Call-to-Action-Button befindet. Das hatte ich mir offen gesagt etwas anders vorgestellt. Dieser Container sollte so ein bisschen dem Design dieses Row-Layout-Containers hier gleichen und hierfür so einen schönen Abschluss sorgen. Das ist mir noch nicht so ganz gelungen. Da werde ich nochmal kurz nachbessern. Also rufe ich mir hier nochmal die mobilen Anpassungen auf. Gehe dann in den Off-Canvas-Bereich. Und das ist die Section hier, die ich nochmal einstellen muss. Das gelingt mir hier über dieses Zahnrad. Dann möchte ich hier noch ein bisschen Padding hinzufügen. Moment, da muss ich hin. Und zwar nehme ich hier XL, genau das, was ich hier oben auch schon als Padding-Top hatte. Werde ich jetzt nochmal hier als Padding-Bottom hinzufügen. So, genau so hatte ich mir das gedacht. Als nächstes werde ich nochmal etwas Padding-Left hinzufügen, sodass der Button hier etwas weiter einrückt. Also nochmal in die Settings, Advanced, Padding-Left. Okay, ich setze das mal auf XS. Des Weiteren möchte ich mir hier noch den Spaß erlauben, einen weiteren Button hinzuzufügen. Also springe ich mal ganz kurz hier in den Button-Block rein. Am leichtesten ist das, wenn man sich die Listenansicht zur Hilfe nimmt. Ich möchte nämlich in den Parent-Block, also in den Button-Block und nicht in den einzelnen Button, um dann hier oben über das Plus-Symbol einen weiteren Button hinzufügen zu können. Der ist jetzt allerdings nicht so gestylt, wie ich mir das wünsche. Der soll zum Beispiel weder einen Hintergrund haben, noch soll der einen Rand haben, also eine Border. Das nehme ich beides raus. Und beim Hover-Effekt werde ich auch mal ein bisschen die Deckkraft rausnehmen. Also gehe ich hier auf Hover, Background-Color, dann nehme ich schon die zweite Akzentfarbe, drehe allerdings wieder die Hälfte raus, dass ich bei 0,5 bin. Okay, und dann haben wir hier auch einen ganz netten Hover-Effekt. So, und die letzte Anpassung, die betrifft nochmal diese Section hier. Also springe ich mal hier unten über die Breadcrumbs zurück in die Section und öffne mir nochmal das Styling. Denn ich wollte das Background-Overlay nochmal ein bisschen anpassen, denn das hat mir dann doch nicht so gut gefallen hier mit dem Übergang von Schwarz zu Rot. Da werde ich das Schwarz komplett rausnehmen, sodass es transparent ist und das Ganze jetzt abspeichern. Im Anschluss geht es wieder zurück ins Frontend. Und wenn alles gut gegangen ist, dann haben wir hier jetzt an Design-Anpassungen nichts mehr vorzunehmen. Ich öffne mir mal hier die mobile Ansicht und so entspricht das schon mal dem, wie ich mir das gedacht hatte. Jetzt öffne ich mal hier das Mega-Menu auf der mobilen Seite und dann ist das Ganze hier unten auch stimmig. Ich hoffe, dieses Video konnte illustrieren, welche Möglichkeiten man hier mit diesem neuen Advanced Header-Block von Cadence hat. Nun hatte ich ja zu Beginn des Videos schon von weiteren Features gesprochen, die von Cadence bereits angekündigt sind. Und ein Feature davon ist ein Design-Feature und zwar soll es bald die Möglichkeit geben, diesem Header-Hintergrund hier so einen unschärfe-Effekt verpassen zu können. Also so einen Blurry-Background-Effekt, genauso wie ich das in dem besagten Video mit dem Custom-CSS-Generator erstellt hatte. Ganz besonders schön wäre es natürlich, wenn man hier diesen Menü-Positionen, selbst designte Icons hinzufügen könnte. Und wie man genau das mit Cadence Blocks Pro umsetzen kann, habe ich in diesem Video hier Schritt für Schritt beschrieben. Und wie man das mit Cadence Blocks Pro umsetzen kann, habe ich in diesem Video gehört,